3,16 Meter, das ist schon der Weltrekord. Den hat er auf jeden Fall, aber er hat noch zwei Versuche. Und die sehen wir jetzt. Kommt er noch weiter? Zweiter Versuch. Ich glaube, das war nicht ganz so weit wie vorher. Oder doch, da hat er noch zum Schluss doch nochmal den Fuß nach vorne gebracht. Ja. Und, war das ein gültiger Versuch? Ja, das war ein gültiger Versuch. Okay. Und die zweite Messung, war... 3,49 Meter. Wow! Also doch weiter. Das war krassig, nochmal. Wow! Das hättest du nicht gedacht, ne? Nein, nein.